Okay, es geht weiter mit The Walking Dead, natürlich wieder mal mit The Life Force, hallo zusammen. Immer noch quasi in der Schule unterwegs und ich guck mal nach Molly, die ist ja hier in der Glauber Garage drin oder Autowerkstatt. Auf jeden Fall ist sie hier irgendwo in der Nähe. Da ist was entlang gehuscht. Gut, wenn ich sehe, ist es nicht der Einzige, der es gerade gesehen hat. Wackelig, aber hat gepasst. So geradewegs noch. Verdammt, es ist sehr tief. So viel zu dem Thema. Ey Walkers, das geht. Bisschen abgestillen. Bisschen abgestillen. Pachteln. Lass ihn! Er ist mir. Was warst du da? Molly? Molly! Was? Was glaubst du, dass du schon machst? Er ist schon tot. Ich denke, du kannst wegziehen. Nimm mir nicht, was zu tun. Du töten Geeks deinen Weg, ich töte ihn meinen. Verdammt. Ja. Einen typischen Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, naja. Er ist nicht verdammt neu. Hast du uns einen Weg in gefunden? Ja, aber die Gartenhäuser sind kaputt. Ich kann es nicht hochziehen. Nicht ein Problem. Schau, was ich gefunden habe. Oh ja, das funktioniert. Ich glaube, der Zaun wird nicht mehr lange halten. Nein. Jetzt aber nichts wie weg. Komm schon! Los, 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 los! Los, los, los! Los, los! Los, los! Los, los, los! Scheiße, der Lefter! Definitiv! Das war knapp. Ich werde sicher, dass keine Gartenhäuser unter der Tür kommen. Okay, sie passt da auf. Das ist gut. Es sieht aus, wie die Crawford hat ihre eigene Semi-Trucke. Ich kann es nicht hochziehen. Ich kann es nicht hochziehen. Kein Kraft. So viel zu. Drück auf die Knöpfchen. Es sieht aus, wie es die Gartenhäuser mit den Lufthydrauliken ist. Es muss irgendwo Strom sein. Mehr von Crawfords Regeln. Wie hat jemand so leben? Ich hätte lieber meine Chancen auf der anderen Seite nehmen. Ich hatte also doch recht vorhin mit der Schule. Wo du ja sagtest, es wurde leider nicht übersetzt. Ja, richtig. Ja, richtig. Oh, yeah. Herrlich, wenn man hinter seinem Rücken ein Kissen hat, ey. Ja, Blinken. Das müsste ein Problem sein. Eine gute Chance, eine arbeitende Batterie in diesem Auto zu sein. Wenn ich da ein Weg finden kann, um da zu kommen. Ich glaube, dass ich nicht mehr Hilfe brauchen soll, sag Bescheid. Der Raum ist nicht groß. Irgendwas muss ja funktionieren. Ich werde jetzt... Ich werde normal noch nichts sagen. Zumindest nicht, bis ich das Signal bekomme. Das ist das Panel, das kontrolliert das Hydraulik-Left hier. Mehr von Crawfords Regeln. Wie hat es in der Lage gebraucht? Ich muss meine Chancen auf der anderen Seite nehmen. Was haben wir denn erschönet? Ich kann sehen, wo die Batterie sollte sein. Aber es ist nicht. Perfekt. So viel dazu. Dann kann es bloß mal ein anderen Wagen sein. Ja, es gibt ja nur ein kleines Problem. Er funktioniert nicht, die Hebelbühne. Weil kein Strom drin ist. Ich denke nicht, dass ich diese Hände mit meinen Händen entfernen kann. Vielleicht hätte ich etwas, um es zu schneiden. Mit einem Scherchen oder so. Interessant. Was? Mit dem Schlauch eben gerade! Was hast du? Ich glaube, ich kann das... ...Hook-Thinge aus dir? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengebracht. Hilda? Das ist das, was ich kenne. Bitte kann ich Hilda? Ich werde gut geholfen. Sie wird nicht ein Schrauch bekommen. Ich habe jetzt deine Begegnung. Nicht ein Schrauch. Ey, ohne Scheiß, die ist doch... ...irgendwo ist sie geil, die Frau. Das stimmt. Das war's. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Nein, Scheiße! Oh-oh-oh. Das war irgendwie klar, dass es passieren würde. Hier ist die Batterie. Endlich geht etwas richtig. Okay, okay, wo ist das Teil? Ach so, Anschlüsse. Minus-Pol an Minus-Pol. Äh, Quatsch! Plus-Pol an Plus-Pol und Minus-Pol an Masse. So war's. So, raus damit. Ja, aber wir haben noch ein Problem hier. Lass es hier rein, ich werde es tragen. Okay, folge mich. Geh auf deinen Scheiß! Great, jetzt was? Ich würde meinen... Ja, auch nach oben. Ich würde meinen... Schau es raus! Und zwar schnell, bevor die... ...Bieste gleich kommen. Oh, nein... ...Gott sei Dank! Da kommen die erstmal nicht hoch. Da kommen die erstmal nicht hoch. Okay, so. Jetzt sind wir auf dem Rücken. Wollen wir mal! Im Ernst, die ist mir so sympathisch, die Frau. Wollen wir mal! Was bist du, Geschick? Geh! Ich weiß nicht, wo... Schade, ich dachte, da kämen jetzt Hosen voll! Das wäre geil gewesen! Checkpoint! Schade! Schade! Das muss ich erst etwas tun. Was? Ich sehe dich später! Warte! Du hast noch die Batterie noch! Ja, ich denke, ich werde darauf halten. Sicher, dass du nicht ohne mich verlassen kannst. Wir sehen uns wieder in der Klasse! Molly! Verdammt, was zur Hölle macht sie? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ey, die ist geil, die Frau, die ist wirklich geil! Ja, die Frau ist cool! You've already been fired. They're worthless. Neue. oh scheiße fuck 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 goodbye motherfucker break the door with something best Mittagst ich ahne schon was Kenny vorhat obwohl, ne, ich dachte schon er brennt jetzt alles nieder aber nein, das Benzie braucht ihr ja ja, stimmt, das wär sonst Verschwendung ja, das wäre dumm wie gehts mit der dritte? nicht so gut hier, ich gebe dir eine Hand hast du diese Batterie noch nicht? ja, Molly hat sie sie sollte hier zurück sie besser sein oh oh we already got the fuel in the battery once we find some medicine we'll be good to go so where's this battery you found? Molly has it she ran off to do something well, she'd better bring it back here I don't know why you trusted that girl with it Was? Wir kennen sie gar nicht. Sie hat dein Leben geholfen, nicht wahr? Ja, aber was hat sie für mich gemacht? Wie geht ihr mit dieser Tür? Langer als ich würde. Besetzungsfehler? Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat und uns lebendig gehalten hat. Ich werde zurück. Ich habe ein paar Dinge zu tun. Gute Glück. Nichts, aber Kronen und Kostüberschrift. Okay, sie studiert den Plan. Okay, sie ist beschäftigt. Die Batterie fällt in dem Sinne aus, also fehlen im Prinzip jetzt die Medikamente. Du bist okay, Klam? Ja. Wo ist Molly? Sie musste in den Luft gehen. Sie wird bald zurück. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie ist ziemlich schwer. Jetzt sitze kurz, okay? Ich muss ein paar Dinge anziehen. Okay. Die hält wirklich einiges aus. Mhm. Aber ich mache mir, ehrlich gesagt, gerade so ein bisschen wegen Clementine Sorgen. Warum? Hm. In letzter Zeit ist sie irgendwie so ein bisschen... ruhiger geworden. Wenn du verstehst, wie ich das meine. Ja, es fällt auf. Mhm. Und dann mache ich mir in der Hinsicht schon ein bisschen Sorgen darüber. Alles klar, auf zu den Medikamenten, würde ich jetzt mal sagen. Richtig. Weil die Batterie, die gesetzt ist ja die... Molly? Genau. Wir haben geschlossen. Und das einzige, das jetzt halt nur noch fehlt... ...sind die Medikamente. Genau. Oh! Fuck! Mr. Brunet muss sich da befestigt werden. Ach du Scheiße, nach und nach die... ...nach und nach die abknallen wahrscheinlich. Mhm. Oh, shit. Oh, fuck. Ja, zu langsam. Der hat auf jeden Fall jetzt einen gesegneten Appetit. Das ist komisch, ich schieße die ganze Zeit auf die, aber die Pistole scheint irgendwie eine gewisse Reichweite nur zu haben. Also bei mir sah es eher aus, als hättest du nicht richtig gezielt. Achso, mit dem kleinen Schlitz da oben. Stimmt, da ist halt kein Fadenkreuz dran. Genau. Oh, da brauchst du ein YouTube-Auge für. Holy fuck! What the hell? Oh, shit. They wandered into the hallway after we got inside. I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah, that's our other problem. Take a look. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe. Locked up tight. Na, klasse. Maybe we should try to look in somewhere else for medicine. In Crawford? This place is too overrun. No, that's safe. Is our best chance. Da müssen wir drauf brechen, irgendwie. Ja, ja, we'll be a hell of a lot quicker, if we just knew the four-digit-Kombination. Well, I doubt it was the way we had to find and left it here for us to find. We should just try to bust it open. We don't have any other choice. Okay, you get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. Okay, das Ding muss irgendwie auf. Mit dem vierstelligen Code, I think. Just a bunch of papers. No safe combination, though. Shit. Anna Correa. She must have been a picture here. Yeah, what's this? The phone's probably haven't worked in months. It's a medical phone for a woman named Correa. Not working. What is this? A copy machine. Not that it matters with no power around here. So viel zu dem Thema. No tape inside. Hm. Aber video haben wir noch. Werner, Krista, come look at this. This is day 82 since the outbreak. 1547. Dr. Logan in consultation with patient, Anna Correa. Why are you recording this? Regulations. Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Oh, God, oh, God, oh, God. As you know, the rules are very clear. Determination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. That you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm going to give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure. I want my baby. I can't do this. I can't do this. Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Damn it. You should search it. See what he's got on him. Hmm. Interessant. Auf jeden Fall neue Information. Und das Wort Ausbruch fiel vor allem. You all already checked these drawers? Yes. Wahrscheinlich meint er die Zombie-Seuche. Ich glaube, so genau will ich das gar nicht wissen. So, I'm sorry. It's a sonogram. Hmm. Yarn jelly. Don't you think that would accomplish is getting us all killed? So, no, I don't. Hey Krista Ja? Are you feeling okay? I'm fine, why are you asking me that? It's just that you've been looking a little pale the past couple of days You've been throwing up Oh come on, you just dug up a rotting dog carcass I'm surprised we weren't all throwing up Lee, I'm fine, quit worrying about me, okay? Hey, worry about Omid We've got to get him these meds Are you making any progress with the safe? No, without the combination I don't know how we're gonna get this damn thing open We don't get back to Omid with some medicine soon It's okay, we'll figure it out I hope I did the right thing bring her Clementine with us This place isn't exactly safe Then why did you? Because leaving her alone with Omid Didn't seem any safer What's that supposed to mean? No offense Christopher, Omid's pretty sick If he dies with Clementine alone in the house with us That is not gonna happen Do you hear me? That is not going to happen We're going to get these meds to Omid And he's going to be fine He's going to be fine You're right, I'm sorry Look Lee, I just want to get back to Omid Let me do my thing, alright? Okay I can understand her somewhere But in some way, I have to give Lee a right Yes, that's right If he really died If he really died That's a walker That would be dangerous Yeah, and for Clementine would be able to find something to be dead Okay, we don't have time Omid needs that medicine We have to get it open now No tape inside That's already That's what we have done How's it coming? Slow, too slow I'm worried that by the time we manage to get this thing open, it may be too late Hey Doc, I just wanted to thank you for coming with us And for all your help I really appreciate it Don't mention it It's times like these, we've got to help each other the most, right? And we're no better than those Crawfords sons of bitches I heard that How much money do you think Omid has, Doc? You want my medical opinion? As soon as we get him some strong antibiotics to start fighting that infection the better Let's just leave it at that, huh? Recht hat er That's great, one down Where is she? She took off Had some kind of errand she needed to run Took off? With the battery? Yeah Don't worry, she'll be back I hope so That girl doesn't really strike me as a team player More than mercenary kind I'll go see if I can find something that'll help us get that safe open Good idea There's also something else There's also something else They had a very own character That's true So So, there's nothing more to find here We can go back again We can take off Yup